Seid gegrüßt zum neuen Video. Heute geht es mal wieder um eine Wildkamera, wie ihr schon seht. Diese kommt nochmal von Visortec, nennt sich WK450, gibt es bei Pearl. Ist eine ganz einfache Kamera und was ihr alles so drauf hat, erfahrt ihr direkt nach dem Intro. Ja, ich habe hier schon einige Wildkameras auf dem Kanal vorgestellt. Wildkameras könnt ihr natürlich dafür benutzen, zum einen um wild zu filmen, irgendwo im Wald. Darauf sind sie ausgelegt. Ihr könnt das natürlich auch zur Grundstücksüberwachung nutzen. Dann von Zeit zu Zeit da mal reingucken. Die Kameras unterscheiden sich grundsätzlich darin, ob sie WLAN haben, also per Wi-Fi mit einem zweiten Gerät verbunden werden können mit dem Handy. Und ihr euch die Bilder dort direkt zum Beispiel anschauen könnt. Oder manche werden sogar per LTE übertragen. Es gibt aber auch Kameras, die das gar nicht brauchen. Dafür sind sie natürlich dann etwas günstiger. Dieses Modell hier kostet ungefähr so 60 Euro. Ich verlinke euch das Produkt unten in der Videobeschreibung. Dort könnt ihr euch dann den tagesaktuellen Preis auch abrufen. Grundsätzlich solltet ihr mal schauen, welche Kamera zu euch passt und was ihr genau damit machen möchtet. Viele brauchen kein WLAN. Die sagen dann, ich nehme die Kamera dann eh nur im Wald und nehme die damit nach Hause und lese die Karte dann dort aus. Worauf ihr aufpassen solltet, ist auf jeden Fall, dass die A erstmal wetterfest ist. Das ist mit dieser Kamera hier gegeben. Die hat nämlich einen IP65-Schutz. Zum anderen, die Auflösung ist nicht ganz unwichtig. Es gibt 4K-Auflösungen. Die sind meistens interpoliert. Bei dieser Kamera haben wir eine Full-HD-Auflösung in 1080p. Das heißt nicht interpoliert, sondern echte Auflösung. Und wir können eine Fotoauflösung von bis zu 16 Megapixel bei dieser Kamera hier fahren. Das ist in der Regel auch ausreichend. Worauf ihr auch aufpassen solltet oder was die Kameras auch noch unterscheidet, ist einmal die Infrarot-Leuchten. Denn nachts wird natürlich die Szenerie dann durch Infrarot-Beleuchtung beleuchtet, damit die Kamera überhaupt etwas wahrnimmt. Und bei manchen Kameras ist es eben so, da leuchten diese LEDs nachts und können dann von Tieren und Menschen wahrgenommen werden. Und die hauen dann natürlich schneller ab. Und es gibt No-Glow-Technologie. Die kann man dann mit menschlichem Auge zumindest soweit nicht wahrnehmen. Die könnt ihr dann aber zum Beispiel sehen, wenn ihr mit einer Kamera auf diese Kamera filmt. Das werden wir gleich mal ausprobieren, was hier dann vorliegt. So habe ich nämlich nichts in der Beschreibung dazu gefunden. Müssen wir also ausprobieren. Wir haben eine Serienbildfunktion. Das ist klar. Werden wir uns gleich mal angucken, wie das alles gestaltet ist im Menü. Die Speicherkarten, die hier verwendet werden, sind SD-Speicherkarten bis zu 32 GB Größe. Müsst ihr extra kaufen. Batterien braucht ihr auch nochmal extra dazu. Es kommen vier Batterien Typ AA mit rein. Und die leisten dann eine Stromversorgung von bis zu sechs Monaten. Je nachdem, was ihr mit dieser Kamera macht. Wie oft ihr die einschaltet. Ob ihr das Display nutzt oder wie oft die Kamera halt dann auslöst. Das muss man dann eben alles sehen. Für die meisten Leute wird eine solche Kamera in dieser Preisklasse auch dicke hinreichen. Wer mehr möchte, muss einfach mehr Geld ausgeben. Ich habe zu diesem Bereich schon einiges an Videos gemacht. Ich habe euch unten in der Videobeschreibung einiges zu verlinkt. Ansonsten guckt euch die Playliste Security und Wildkameras einmal an. Da ist bestimmt was Interessantes für euch dabei. Und ansonsten einfach den Kanal hier abonnieren. Da kommen noch einige andere Wildkameras, die ich euch dann vorstelle. Vielleicht habt ihr noch ein bisschen Zeit. Vielleicht seid ihr auch wegen diesem Produkt hier auf dieses Video gestoßen. Dann hoffe ich, dass ich euch hier etwas helfen kann. Der Erfassungswinkel, mit dem die Kamera arbeitet, ist bis zu 90 Grad. Das ist jetzt nicht wirklich berühmt. Ist aber für die meisten Zwecke ausreichend. Wir haben 15 Meter oder bis zu 15 Meter Reichweite auf freiem Feld. Das muss man natürlich auch immer sehen, inwieweit da irgendwie Störeinflüsse bei sind. Das muss man im Zweifel dann einfach ausprobieren. Es gibt auch drei verschiedene Stufen, die man dann einstellen kann bei der Kamera, um das dann noch so ein bisschen abzuschwächen. Wenn eine Mücke durchs Bild fliegt, dann soll die Kamera natürlich nicht unbedingt auslösen. Ach, hier steht es jetzt dann doch dabei. Wir haben No-Glow-Technologie verbaut. Das heißt, diese Leuchten, die die Nachtszenerie dann beleuchten, die sind für das menschliche Auge nicht wahrnehmbar. Das ist natürlich super. Dann könnt ihr Wild zum Beispiel nicht dadurch verscheuchen, dass die Kamera einfach auslöst. Die Kamera hat auch eine Auslösezeit von unter 0,4 Sekunden. Das ist auch immer davon abhängig, wie kalt es das draußen ist. Irgendwie noch ein bisschen Feuchtigkeit hier auf der Linse oder, oder, oder. Das muss man halt dann auch ausprobieren, ob das hinreicht. Es gibt Kameras, die lösen bei 0,2 Sekunden aus. Aber in der Regel, wenn ihr nur Wild damit beobachten wollt, dann sollte das auf jeden Fall hinreichen. Denn die sind immer etwas länger im Bild. Und gerade bei diesem Erfassungswinkel von 90 Grad sollte da genügend einzufangen sein. Ich packe es mal aus, wir gucken es uns mal an. Ich verlinke euch natürlich einiges an Zubehör auch unten in der Videobeschreibung. Da werde ich dann ein Stativ zum Beispiel euch auch verlinken. Und Speicherkarten, Batterien, etc. Und natürlich auch ein Netzteil, denn ihr könnt die Kamera, wenn ihr die zum Beispiel als Überwachungskamera einsetzt, am Haus, könnt ihr die natürlich auch am Strom betreiben. Wir haben ein Stativ mit dabei. Das ist bei manchen Kameras schon nicht dabei. Ein Wandstativ. Das ist aber allerdings bei allen Kameras ungefähr das gleiche. Also das habe ich jetzt noch in keiner großartigen anderen Form gesehen. Das koppelt ihr dann einfach hier mit dieser Platte. Die schraubt dann an die Wand und die Seite kommt dann in die Kamera. Das könnt ihr natürlich auch per Gurt machen. Wenn ihr das an einen Baum spannen wollt, dann könnt ihr das mit diesem Gurt machen. Einmal um den Baum rumziehen, durch die Kamera durchziehen. Und dann hängt die Kamera auch an den Gurt. Je nachdem, wie gesagt, was ihr machen wollt. Ein USB-Kabel ist dabei. Das ist dafür da, um die Daten auf den PC zu übertragen. Wenn ihr die Karte nicht rausziehen wollt, ansonsten nehmt einfach die Karte raus, packt die in ein Lesegerät und schon könnt ihr die Daten dann lesen. Dann haben wir eine Bedienungsanleitung mit dabei. Die Kamera hat, wie gesagt, kein WLAN. Gibt es auch per... Gibt natürlich auch Kameras, die mit WLAN arbeiten oder per LTE. Muss aber in der Regel nicht sein, weil ich von Zeit zu Zeit eben doch mal drauf gucken möchte, was auf dieser Karte alles sich schon angesammelt hat. Und das ist mitunter auf einem Smart-Device dann etwas unübersichtlich. Das sind zumindest dann meine Erfahrungswerte, die ich bisher sammeln konnte. Und ich nehme mittlerweile alle Karten immer aus den Kameras raus und gucke mir das dann ganz bequem am PC an. Ihr seht vielleicht hier schon den Unterschied. Kann man schon erkennen, die Kamera ist wirklich sehr, sehr klein. Wenn man das jetzt vergleicht mit den normalen Größen, dann ist das wirklich eine Mini-Kamera. Und die fällt dadurch natürlich weniger auf. Die hat einen Camouflage-Look, der am Baum sicherlich auch nicht so auffällt. Könnte meines Erachtens ein bisschen grüner sein vielleicht. Kameras gibt es ja mittlerweile auch in allen Farben. Die gibt es von weiß über schwarz bis zu dunklen Kamouflage, Snow-Kamouflage und, und, und. Bis euch eben auch für heute dann überlegen, was ihr genau benötigt. Wir haben hier die Auslöse-Optik. Dann haben wir hier oben die LED-Beleuchtung, die Nachtbeleuchtung. Und hier haben wir diesen Bewegungssensor. Da sind überall noch Schutzfolien drauf. Die mache ich gleich einmal ab. Gucken wir uns die Kamera mal an. Hier an den Seiten haben wir den Verschlussriegel. Der wird einfach so eingeklickt, damit wir das Ganze dann verschließen können. Wie gesagt, wasserdicht und staubdicht ist die Kamera. Darüber braucht ihr euch keine Gedanken machen. Hier können wir den Gurt durchziehen, damit wir die Kamera irgendwo am Baum befestigen können. Wenn wir die Kamera... Ne, gucken wir uns erstmal nochmal unten an. Wir haben hier unten noch das Stativgewinde, womit wir die Kamera dann auf Stativ bringen können. Unter anderem auch an dieses Wandstativ. Einen Stromeingang haben wir hier auch noch mit dabei. Wenn ihr die Kamera an der Hauswand zum Beispiel betreiben wollt, dann ist das ganz sinnvoll, das vielleicht über normalen Strom zu machen. Und ansonsten legt ihr hier einfach Batterien ein. Vier Stück sind hier nur notwendig. Bei den anderen Kameras, die ich bisher vorgestellt habe, waren immer acht Batterien notwendig. Hier ist ein kleines 2 Zoll Display noch dran. Da ist auch nochmal eine Schutzfolie drauf. Und da können wir uns die Bilder dann anschauen. Und wir können natürlich hier auch die Einstellung dann am Display vornehmen. Hier unten haben wir einmal den USB-Anschluss. Dann haben wir hier einen Lautsprecher oder Mikrofon. Weiß ich nicht. Wir können gleich mal gucken, ob die Kamera auch Ton aufnehmen kann. Die letzte konnte das nicht. Dann haben wir hier oben einen AV-Anschluss. Den DC-Anschluss haben wir mit dabei. Und wir haben hier den Schieberegler, den wir dafür nutzen können, einmal ins Menü zu gelangen, einmal die Kamera scharf zu schalten und einmal die Kamera auszuschalten. Und wir haben hier die Menü-Buttons, die wir dann wählen können. Das kommt dann eben darauf an, welchen Menüpunkt wir dann aufrufen möchten. Die Speicherkarte kommt hier an der Seite dran. Da braucht ihr noch einen großen Adapter. Meistens ist der bei den Speicherkarten mit dabei. Wie gesagt, Speicherkarten von bis zu 32 GB können mit dieser Kamera beschrieben oder gelesen werden. So, ich mache die jetzt mal fit und dann melde ich mich gleich wieder. So, Speicherkarte und Batterien sind jetzt eingelegt. Jetzt nehmen wir mal den Schalter hier unten und bringen den in die mittlere Position. Das heißt, eine Position rüber. Dann startet die Kamera und wir können Einstellungen vornehmen. Ihr seht, die Kamera hat jetzt schon ein Live-Bild. Das lässt sich auch hier sehr gut darstellen, wie ich das so sehe. Was ein bisschen einfacher ist bei den Kameras, die WLAN-Verbindungen haben, ist die grundsätzliche Einstellung auf die Position, welche wir abfilmen möchten. Das ist natürlich hier so ein bisschen anders, denn wir müssen die Kamera dann ja noch wieder zuklappen. Und dann verstellt sich das Bild natürlich. Wenn wir das natürlich so machen könnten, dann wäre es einfacher. Aber grundsätzlich ist das dann mehr oder minder so ein bisschen Zielsache und ein bisschen Glückssache, wie die Kamera dann eingestellt ist. Schauen wir mal ins Menü rein. Wir haben hier den Modus. Ich habe die Modi ja schon alle mal beschrieben hier. Wenn euch das Thema generell interessiert, dann solltet ihr die anderen Videos auch nochmal schauen. Da können wir halt einstellen, ob wir Videos oder Fotos oder beides gleichzeitig machen wollen. Dann haben wir in dem nächsten Menüpunkt hier die Möglichkeit, die Fotoauflösung etwas herunterzufahren. Je nachdem, wie groß die Speicherkarte ist, 32 GB ist ja nun auch nicht die Welt, können wir die natürlich auch etwas herunterfahren. Das Gleiche gilt dann auch für die Videoauflösung. Die seht ihr hier weiter unten. Eine Serienaufnahme können wir machen. Da können wir dann zum Beispiel sagen, die Kamera soll zwei Fotos in Folge immer schießen, wenn sie ein Foto macht oder drei Fotos von mir aus oder vielleicht auch nur eins. Videolänge können wir hier bestimmen. In der Regel geht das von fünf Sekunden bis zu einer Stunde, wie die Videos hier aufgenommen werden können. Tonaufnahme können wir hier einstellen. Wir haben den Aufnahmeabstand. Der ist wichtig dafür, wenn wir zum Beispiel eine Bewegung registrieren. Die Kamera nimmt dann zehn Sekunden Video auf, wenn wir das so eingestellt haben und dann macht die Kamera eine Pause, die wir dann in diesem Menüpunkt hier einstellen können. Und nimmt die Kamera nach dieser Pause, zum Beispiel 30 Sekunden, dann wieder eine Bewegung wahr, startet sie ein neues Video. Ist keine Bewegung mehr nachzuvollziehen, dann startet sie natürlich kein Video. Die Empfindlichkeit der Bewegungssensoren können wir einstellen. Wir haben hier eine Zielaufnahmezeit, damit können wir ein Zeitfenster generieren. Zum Beispiel von 20 Uhr bis 22 Uhr abends soll sie nur aufnehmen, dann nimmt sie nur in diesem Zeitfenster auf. Zeitrafferaufnahme, damit könnt ihr einstellen, dass die Kamera zum Beispiel jede Stunde ein Foto macht. Und ihr könnt das dann hinterher zu einem Video zusammenfassen und dann kann man zum Beispiel bei Bauvideos machen, wie schnell irgendwie ein Haus gebaut wird oder sowas. Dann nimmt man dann jede Stunde ein Foto auf und hinterher lässt man das dann mit 30 Bildern pro Sekunde ablaufen. Und dann hat man natürlich einen Zeitraffer. Die Sprache können wir einstellen, die Menüsprache ist damit gemeint. Daueraufnahme können wir einstellen, nimmt die Kamera ständig auf. Zeitdatum sollten wir einstellen, wenn wir einen Zeitdatumstempel haben wollen auf den Bildern oder wenn wir das Zeitfenster nutzen wollen. Das ist hier in diesem Fotostempel dann nochmal vermerkt. Der ist dann nämlich auf den Fotos und auf den Videos mit drauf. Da steht dann, weiß ich, 20.10.2021 um 11 Uhr wurde dieses Video oder dieses Foto gemacht. Passwortschutz, damit können wir ein Passwort vergeben, damit zum Beispiel ein Dieb, der die Kamera hier vielleicht klaut, mit dieser dann weniger anfangen kann. Das akustische Signal, diesen Piepton können wir auch ausstellen, wenn uns das hier stört. Wenn wir im Wald stehen und dann rumpiepen, das ist vielleicht auch nicht ganz sinnvoll. Die Speicherkarte sollten wir beim ersten Mal auf jeden Fall formatieren. Die Seriennummer können wir uns anzeigen lassen. Die Einstellung komplett zurücksetzen, wenn ihr euch hier irgendwie mal vertan habt, dann kommt er wieder zurück ins Menü. Die Versionsnummer können wir hier uns anschauen. Und ansonsten, wenn wir das alles gemacht haben, so wie wir das haben wollen, können wir die Kamera unten scharf stellen, indem wir hier den Schalter auf On stellen. Und dann nimmt die Kamera auch schon auf. Das wollen wir jetzt mal ausprobieren. Ich stelle die jetzt einmal scharf. So, und dann mache ich hier jetzt mal das Licht aus und dann schauen wir mal diese No-Glow-Technologie, wie sich das dann darstellt. So, die Kamera habe ich scharf gestellt. Die leuchtet jetzt nochmal 15 Sekunden, blinkt sie und dann ist sie komplett scharf. Und dann werden wir mal sehen, wie das hier aussieht, wenn die Kamera dann gleich auslöst, ob das hier oben dann anfängt zu glimmen und vor allen Dingen, wie sich das dann darstellt. Jetzt löst sie aus, jetzt hat sie mich wahrgenommen. Und das kann ich so im Live-Bild überhaupt nicht sehen. Das sieht man also wirklich hier nur durch die Kamera. Jetzt macht sie 10 Sekunden Pause, glaube ich, habe ich eingestellt. Und erst dann schaltet sie sich erneut scharf. Jetzt kann ich sie bewegen, wie ich möchte. Jetzt löst sie nicht aus. Jetzt macht sie halt diese Aufnahmezeit. Die wartet sie jetzt ab und jetzt hat sie wieder ausgelöst und nimmt die nächsten 5 oder 7 Sekunden Video auf, wie ich das jetzt so eingegeben habe. Ich werde euch gleich noch zum Schluss dann Videos einblenden, was die Kamera jetzt aufgenommen hat. Fotos auch. Hier von der Werkstatt, da kann man das dann am besten vergleichen. Das habe ich mit allen anderen Kameras auch so gemacht. Und auch die Tonaufnahme habe ich gerade ausprobiert. Das funktioniert also. Also hört dann mal genau hin, wie gut die Tonaufnahme ist. Ich werde das dann einmal im hellen Zustand und einmal im dunklen Zustand machen. Und mehr kann man jetzt zu dieser Kamera gar nicht sagen. Ihr könnt mir in die Kommentare schreiben, was ihr zu dieser Kamera hier sagt. Vor allen Dingen auch aufgrund dieser kleinen Abmessungen, die sie hat. Ich kann sie ja eben nochmal schnell durchmessen. Wir haben hier 10 Zentimeter ist die nur hoch und 9 Zentimeter breit und 6 Zentimeter ungefähr tief. Alles so ungefähre Maße, nicht jetzt auf Millimeter festnageln. Aber ich denke, darauf kommt es jetzt nicht wirklich drauf an. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr über diese Kamera hier denkt. Ob ihr die vielleicht schon zu Hause habt oder welches Modell ihr generell bevorzugt oder was ihr zu Hause habt. Und was ihr vor allen Dingen mit solchen Wildkameras macht. Wenn euch das Video Spaß gemacht hat, wenn es euch unterhalten hat, wenn es über Fragen geklärt hat oder euch inspiriert hat. Lasst mir gerne einen Daumen hoch da. Abonniert den Kanal, aktiviert das Glöckchen. Nur so verpasst ihr nicht die nächsten Videos. Ich würde mich freuen, wenn ihr nächstes Mal wieder mit dabei seid. Sage bis dahin. Und jetzt nicht abschalten, jetzt folgen noch die weiteren Aufnahmen. So, also das ist jetzt die Aufnahme direkt von der Kamera. Also der Ton kommt jetzt auch von der Kamera. Schaut euch nochmal an, wie die Auflösung ist. Die Ausleuchtung vor allen Dingen. Das macht grundsätzlich erstmal schon mal einen recht guten Eindruck. Das Wesentliche ist auf jeden Fall sehr gut beleuchtet. So, und das sind jetzt nochmal die Aufnahmen bei Tageslicht bzw. bei Kunstlicht. Schaut euch das mal an. Auch hier kommt der Ton wieder direkt von der Kamera. Integriertes Mikrofon. Den habe ich jetzt nicht nachträglich aufgespielt. Vergleicht auch mal die Qualität, auch wenn das natürlich über YouTube nicht ganz so gut zu vergleichen ist. An dieser Stelle sage ich dann nochmal Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.